Ja, liebe Fotofreunde, ich habe das schlechte Wetter hier in Berlin mal genutzt, um mein Zimmer ein bisschen umzuräumen bzw. mein Studio und habe mal ein paar Sachen hier umgebaut in eine andere Ecke. Finde ich es jetzt auch sehr praktisch. Zum Thema, wir hatten ja am 22.05. waren mal unterwegs zusammen Waldgleichfotografie mit dem Tarnzelt. War übrigens eine ganz tolle Geschichte, also war super, wir hatten auch super Erfolg gehabt, viele Fotos und echt was geworden. Wo wir eigentlich gedacht haben, oh Gott, hoffentlich um 5 Uhr früh bringt es überhaupt noch was und ja, also Hammer. Nochmal an dieser Stelle, ja, beste Grüße Olaf, also Wiederholung ist erwünscht. Ja, einfach mal unten nochmal anklicken, Video hier vom 22.05. und heute mal so ein kleines, ja, so eine Revue passieren lassen von der Waldgleichfotografie und viel Spaß beim Schauen. Let's go. K Vad. KvLified Foto. KvLified Foto. KvLified Foto. KvL Привет. L��안en Pat 한번ischen Online. Verdaction Dung Play. KvLιά 노래. KvL Menschen schreiber. Instead, L�. Bis zum nächsten Mal.